Hey, Pascal, jetzt komm her. Es geht schon los. Heute gibt es wieder ein Video von mir, Hattela, mit meinen Jungs hier, Benni Ghazi, Ersin Kanli, hinter der Kamera Alex und nochmal hinter der Kamera Pascal Dengler. Pascal Dengler, jetzt habe ich schon deinen Namen erwähnt. Jetzt kann ich nach vorne kommen. Ganz deutsch. Ich bin Deutscher. Ja und? Du bist ein Kanak und kein Deutscher. Aber hör mal! Sieht immer ein Vizepsi. Zeig Gott, zeig dein Vizepsi. Ja komm, wir erzählen mal bisschen was über Offenburg. Also, das ist das Rathaus hier. Ja, jeden Tag, jeden Abend hier chillen. Benni, sag mal, du was, Mann? Sehe ich aus so wie dein Anwalt. Also, Offenburg ist so eine Kanak-Stadt. 70% Ausländer, 30% Deutsche, einer davon ist Pascal. Pascal, mal her! Jetzt musst du auch... Oh, mal her, Mann! Er ist Single, weißt du, er ist schüchtern. Ja, ja, er braucht ein paar Bitches hier. Also, Pascal Dengler, das ist Pascal Dengler, ich habe seinen Ausweis. An alle Facebook-Leute, wirklich, an alle Facebook-Leute, addet Pascal Dengler. Wer ihn nicht addet, ist der größte Wurensohn, den es gibt. Wirklich, die größte Missgeburt. Heute gibt es 30.000 Anfrage von Pascal Dengler. Ich will auch noch ein bisschen reden. Hier sind viele Tiere unterwegs. Da! Zwei Ende, oder was ist es? Was haben wir hier? Irgendwann war ein Puff. Da vorne. Warte, 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 warte. Hey, hey! Folgt lieber Ausland. Entschuldigung, wissen Sie, obwohl der Bahnhof ist? Nee, keine Ahnung. Ah, keine Ahnung! Oh! Nee, Sex sagt, nee, keine Ahnung. Ich komme aus Berlin. Oh, wie sie brauchen. Nee, keine Ahnung. Entschuldigung. Können wir ein paar Fahrer selbst? Nein. Ich müsste ein paar Fahrer holen. Nur weil ich schwarz bin. Warte, warte, warte. Wie wäre es, wenn wir einfach eine Reihe machen und einfach tanzen? Ja, komm. Wie wäre es, wenn wir einfach in H&M reingehen? Komm. Komm, geh mal rein. Gibt es da Kleider? Hartfaller. Leute, jetzt gehen wir in H&M und schauen wir mal ein bisschen, was für Kleider es wieder heute gibt. Gibt es da Kleider? Gibt es da Kleider? Für Leute. Ja, ja. Gibt es wieder mal neuen Style bei H&M? Mal gucken, was heute abgeht. Äh. Ja. Mal gucken. Der Junge ruft schon seine Freunde an. Der Junge ohne Herbst ohne Freunde. Denguner. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, jetzt gehts ab ins H&M mit meinen Jungs, Kollegen. Jetzt gehen wir mal rein. Moment, zeig mal schön dieses H&M Zeichen hier, das ist noch wertvoller als Gold. Also, heute Abend, wenn wir H&M erzählen ein bisschen, was so eine Offenung gibt. Ja, auf jeden Fall. Hübsche Arbeiterin. Zeig mal bitte auf die Kasse da. Schaut gut zu, schaut gut zu. Die können wir heute eigentlich tragen, das wäre nicht schlecht. Oder? Und dann nackt durch die Stadt laufen. Ich kann so schön Hand reinmachen. So eins hab ich aber nur in Weiß. Wäre nicht schlecht. Alter, warte mal, schauen wir mal. Also, ich hab auch so die Übungen hier. Ah, Superman, genau. Aber da nicht. Das ist Superman. Das wird das neue Albumtitel sein von Moneyboy. Schaut euch das gut an. Das gehört dem Moneyboy. Und das kommt bald auf seinen Albumtitel. Namens Schwuchtelboy. Der Gayboy. So ein H&M. Das ist doch perfekt so dir passen. Das hier, das ist halt ganz gut. Bei so was hört die Freundschaft laufen. Und dann hier schön für dein kleine B. Weißt du was, Alter? Meine Eier, die werden voll raus. So und so raus, schlappen, Alter. Wollen wir sowas zu H&M sagen? So wie die Preise im Moment sind oder? Die Kritik gibt's Reduziungen. Ja hier Mütze 1 Euro. Same. Wie viele Jungs da hast du? Aber okay. Gute Qualität. Also es ist eine Ausgabe über H&M. Super Qualität. Und was ist wenn ich Ihnen einen Anwalt bestelle? Egi. Auch nichts. Egi. Bin ich cool jetzt oder? Muss ich das nicht anders machen? Ja. Neuer Style aus Offenburg. Nur 3 Euro. Was guckst du mich so an? Was guckst du mich so an? Hey guck woanders hin. Hey. Hey. Guck woanders hin man. Hey. Was's up? Hey. Der wird mich stressen. Guck mal wie braun der ist. Gegen so weiß. Ich brauche so ein Auto. Okay Jungs komm raus hier. Jetzt gehen wir. H&M war zu uns. Geh mal ein Stadtklo. Oh oh. Jungs komm her. Die Leute buchst du schon nicht mehr. Moment, nein, nein, nein. Komm her, komm her. Entschuldigung. Äh. Hallo. Also man kann es schon so reduzieren. Arbeit der bei H&M? Ne, aber er kommt immer einkaufen. Der kommt über einen Kopf, das ist unter dem anderen Kopf. Der kostet die 30 Euro, 5 Euro möglich. Bei KICK poschen die 5,50 Euro. Na ja, Offenbuchs. 1.000 Sekunden. Jetzt kommt bald die neue Boxershorts. Ich glaube, Atela werden bald die Boxershorts von Osal aussehen. Genau, die neue Boxershorts kommt bald raus. Mit dem Videoclip am 20. Mai. Ah, Ding, ich wollte noch David Mayer-Kursack und Dominik Mayer auch. Ich liebe euch. Jeder, der das Album von Osal drauf, kriegt so eine Boxershorts gratis. Du hörst, der Junge meinte gerade, den wir vorhin angesprochen haben, er schwört auf Sujub, dass er mich schlägt gibt. Also müssen wir heute aufpassen, lieber gehen wir raus, bevor er uns geschlägt wird. Jeder, der ein Album kauft von Osal, kriegt eine Boxershorts gratis. Der Superman Boxershorts. Der was, der was? Jeder, der ein Album kauft. Nein, nein, diesmal wird mein Album nicht verkauft. Diesmal gibt es mein Album umsonnt. Mein Arm fällt gleich ab, Alter. Das war's erstmal von Offenburg und dem Hans-Peter Lustig. In einer Woche geht's ab in Düsseldorf. Dann machen wir ein neues Video. Es ist echt schön hier in Bonn. Also, mir gefällt's. Ich habe zwar eine Tratal gesehen, aber ich habe seine Kussängste getroffen. Es ist echt super, ey. Das ist unsere Wüste. Scheiße, hier ist kein Bonn. Geh hier, ist schon offen. Wo ist er die geilen Wüste an, Mann? Hightech, Hightech. Hightech, Hightech. Hightech, Hightech. Also, das war's für meine Jungs aus Offenburg. Wir sehen uns im Reich. Das ist die Polizei. Und, ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Das ist für Facebook. Es gehen an alle Grüße raus. An Kehl, an Lahr, an Offenburg, an Ullgraben. Das war Mike Tyson. Wen gibt's noch? Ullgraben, dann gibt's noch Schütterwald, Langhurst, Hofbeier, genau. Nee, Langhurst gibt's so viele Nilles. Frankfurt, Schütterwald, nur Schütterwald. Halt, stopp. Langhurst gibt's so viele Nilles, Höfe auch, nur Schütterwald, bitte. Egal, brr, check das ab. Und jetzt Tick aus, Alter. Verpüßt euch.